Hast du's, hast du's? Nö, du. Noch schneller, Digga, mein Finger fällt gleich ab. Schneller, schneller, schneller. Wenn mir das Kit umsonst gekauft habt, ne, Digga? Ich fahr zu dir. Skyros Achievements. Es gibt Dutzende und wir haben alle schon mal versucht herauszufinden, wie man sie alle abschließen könnte. Aber was wäre, wenn es geheime Achievements in Skyros gäbe? Für dieses Video hab ich mich auf den Gomme-Teamspeak begeben und habe random Leute getrollt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, es ist wirklich unfassbar lustig gewesen. Die sind auf alles reingefallen. Übrigens, ich streame jeden Tag live auf Twitch. Erster Link in der Videobeschreibung abchecken. Da würde ich mich übel freuen. Ich bin also auf den Teamspeak gegangen und hab mir dann einen eigenen Channel erstellt. Ich hab mich genannt Felix, suche SW-Mate. Das erste Fake-Achievement war das Kniebeuge-Achievement. Er hatte sich dabei gedacht, dass man tausendmal sleepen muss. Ich mein, wie kommt man da drauf? Es hört sich jetzt echt dumm an, aber ich glaube, man muss einfach sleepen. Eine gewisse Zeit lang oder eine gewisse Anzahl? Anzahl wahrscheinlich, oder? Haft und zu haft. Nein, ich schwöre, ich schwöre. Digga, ich komme mir so blöd vor, ne? Okay. Komm, steht dann im Chat, oder? Jaja, das kommt dann im Chat. Kann ich das auch ganz schnell machen oder muss ich langsam? Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ich hab irgendwie einen diesen Schluck aus. Also wir müssen halt für Kniebeuge tausendmal sleepen. Muss man das in der Runde oder hintereinander machen? Äh, in der Runde. Lass mal einfach versuchen, direkt zu sleepen. Okay, wir machen. Denkst du, es sind tausend? Könnte sein, oder? Hast du's schon? Nö, du? Ich hab's, ich hab's einfach. Hä? Ehrlich jetzt? Ja? Denkt ihr, er kriegt's hin? Ich denke, das geht nicht so. Wie oft muss man denn denn bitte sleepen? Spam, 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 spam. Hast du's schon? Nö. Oh. Was? Äh, ich hab's. Echt jetzt? Nein. Ich dachte schon. Merkt euch diesen Typen von eben. Er hat mir nämlich geholfen, diesen letzten Typen zu trollen. Der war nämlich am misstrauischsten und deswegen hab ich ihn einfach rangeholt und hab mir gedacht, vielleicht kann er das Ganze glaubwürdiger machen. Er hat quasi so getan, als hätte er das Achievement schon mit mir eben gerade gemacht und jetzt hilft er mir und ihm dabei, das Achievement zu machen. Hast du, ähm, genau, mach nochmal sleepen wegen Kniebeuge. Ähm, ist das schon, weil man ganz kurz aufgehört hat? Nein, das ist, das ist voll okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nice, ich hab's auch, ich hab's auch. Brauchst du noch welche, Edu? Ja, im Stand. Ja, gib nicht auf. Und jetzt wird es richtig geil. Ich habe Vacted geholt. Das ist ein Content of Gomme. Ich hab das mit dem Gomme-Team abgesprochen. Er hat dann so getan, als wäre er in den Call gejoint of TS in meinen Channel. Ja, und jetzt hat er uns halt Tipps gegeben, damit das glaubwürdig rüberkommt. Moin. Äh, also du meinst tausendmal sneaken? Mhm. Ich möchte dich alles verraten. Hast du langsam gesneaket oder hast du schnell gesneakt? Richtig. Schneller. Noch schneller, Digga, mein Finger fällt gleich ab. Schneller, schneller, schneller. Sneak, 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 sneak. Hast du's schon? Nein, ich weiß nicht. Jetzt kommen wir zum zweiten Achievement, was wir uns ausgedacht haben. Das Verschwendung-Achievement. Und da geht's eigentlich nur darum, dass man Feuerzeug komplett abnutzt. Eigentlich total banal, aber irgendwie haben sie's geglaubt. Verschwendungs-Achievement, das Feuerzeug komplett abnutzt. Vielleicht funktioniert das ja. Hast du's? Ne, du. Also Feuerzeug, Verschwendung, Achievement. Und? Hast du's? Nein. Dieser Fake hatte dann noch die Idee, eine Spitzhacke zu zerstören. Das könnte ja sein, dass das auch das Achievement ist. Jetzt, nö, nix. Hast du's? Ne. Der wollte das unbedingt haben, wirklich. Ja, die anderen sind nicht so auf das Verschwendungs-Achievement eingegangen. Dafür waren die aber direkt dabei bei dem anderen Achievement, und zwar das Kobold-Achievement. Da ging's einfach nur darum, dass man 20 Kisten öffnet. Ey, ich hab die Idee für Kobold. Man kann doch Kisten ganz viele Pläsen. Und dann so viele öffnen wie möglich. Stimmt, das ist ne saugute Idee. Ist die Frage, wie macht man Kobold? Ich hab 15 Kisten. Muss jeder einzeln geöffnet werden, also dass jeder ne andere öffnet, oder? Wir müssen einzelne Kisten placen, und die dann alle, und die dann alle, ich weiß nicht, vielleicht spammen. Ne, du? Wir placen jetzt ganz viele Kisten, und jetzt alle öffnen. Hat jemand's schon? Ne. Nein, Digga. Wir machen jetzt erst mal das Kobold-Achievement, okay? Ja. Ganz viele Kisten. Und jetzt alle öffnen. Jede öffnen. Öffne jede Kiste, und dann hast du das Kobold-Achievement. Ich hab's. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du mich verarmst. Sag, wenn du dann hast, und dann müssen wir alle öffnen. Ich glaub, dann kriegen wir Kobold. Let's go, let's go. Und? Ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's auch. Ich hab's auch. Ne, noch nicht. Da war natürlich auch jeder wieder direkt am Grübeln. Okay, wie könnte man das Kobold-Achievement schaffen? Was könnte es sein? Oder ganz viel Gold. Dann kauf dir mal schnell Geizhals. Dann kriegst du 16 Goldblöcke. Mach's fürs Achievement. Er hat's für 50.000 gekauft. Fürs Achievement. Die waren voll bei der Sache. Die haben das total geglaubt, dass dieser Typ extra das Geizhals-Kit gekauft hat. Das kommt mir immer noch nicht in den Kopf. Ich werd mir das Kit umsonst gekauft haben, ne, Digga. Ich fahr zu dir. Wenn er wüsste, Mann. Oder crafte dir voll Gold. Und Kobold. Ich hab's. Spaß. Das ist so sinnlos, Mann. Dann haben wir einfach das nächste versucht, und zwar das Durchnest-Achievement. Und die Idee hierbei war, dass man halt am Wasserschaden stirbt. Also nicht ertrinkt, sondern an dem Wasserschaden in Skywars. Durchnest könnte sein, dass man am Wasserschaden stirbt. Safe. Ja, ist safe so. Stimmt. Ertrinken wär strong. Kommt hier rein, los. Warte, ich baue, warte, ja. Ja, ja, jetzt geht los. Durchnest. Ja. Ja, die zwei haben nicht so ganz gecheckt, dass es nicht darum ging, zu ertrinken. Aber ich hab's ihm mal machen lassen. Vielleicht klappt's ja so. Na, ist okay. Er kriegt auch schon Damage. Bei mir dauert's noch ein bisschen. Steht's im Shit? Ja. Hast du's? Nein. Das ist die Frage, warum hat es mir so kompliziert? Am besten noch so. Smart. Smart, smart. Du machst grad zwei Achievements gleichzeitig? Hast du's, hast du's? Nee, du. Warte. Ich hab's. Ich verrecke jetzt, ja. Hast du's? Nee. Was? Und, und, und? Nee, das Achievement gibt's nicht. Okay, okay. Jetzt war dieser Edo-Senpai-Typ so weit, dass er schon ein bisschen misstrauisch wurde. Ich bin ehrlich, irgendwie kommt mir das mir ein bisschen suspekt vor. Ich hab bisher von den Achievements noch nicht gehört. Pure Verzweiflung. Als nächstes hatten wir dann das Camper-Achievement. Dabei ging's einfach nur darum, dass man in der maximalen Bauhöhe eben erstickt und stirbt. Da waren aber dann doch nur noch dieser Fake-Typ und diese zwei Freunde dabei. Die anderen haben mir das nicht abgekauft. Lass von hier anfangen. Ich bin gleich bei der maximalen, denk ich mal. Ich bin bei der maximalen. Ich hab's. Ja, Camper. Wenn ich das jetzt nicht kriege, dann kann man einfach nicht. Nö, ich hab nix. Wie, du hast es nicht? Ich hab's nicht. Ihr kriegt beide schon Damage. Und? Und? Nee, der gar nicht. Und jetzt hab ich die ganze Sache mal aufgelöst. Also, hab ich deine Zeit verschwendet, sag ehrlich. Ein bisschen. Warte mal. Nee, sagt mir nix. Nee, Digga. Nein. GG. Du bist so ein ***er. Du bist so ein ***er. GG. Wieso hab ich dir überhaupt sowas geglaubt, Junge? What the fuck? Wie ist Hopps genommen? Ich hab's in Twitter noch so geglaubt. Ich dachte jetzt so irgendwie, dass es wirklich sowas gibt. Du bist leider in einem YouTube-Video. Ist es okay für dich? Oh nein, was mach ich jetzt? Ich wusste es halt schon von Anfang an, so gefühlt. Ja, und dann kam seine Rache. Er hat mir dann einen Link geschickt. Ich bin natürlich draufgegangen. Und was kam? Ganz kurz, ähm, guckt jemand das Video an. Damit will ich sagen, war's das mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lass natürlich ein Like, ein Abo da, aktiviert die Glocke. Yeah. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.